Geil, zwei Stunden Autofahrt für so'n... so'n Mast, ey. Oh, wo bin ich denn? Oh, Gott. Was ist denn das hier übrigens? Also, das ist ne Parkbank hier. Also, wenn das nicht... was steht da? Oh, da, guck mal hier. Zehn Erinnerung an Gisela Lensing, gestorben 2014. Alter Falter, was ist denn hier los? Wo sind die denn? War aber ein Typ, ne? Ja, da ist der Strommast. Da oder weiter da hinten? Ja, da müssen wir noch ein Stück zurück, wenn das der Strommast ist. Ja. Da ist der Strommast. Alter, das ist so arschkalt. Mir friert echt der Finger weg. Ne, Martin, laut Karte... Das ist... Wir müssen anders laufen. Wir müssen vorne rechts rum. Ne, laut Karte müssen wir doch da vorne hin. Meinst du den, ne? Ja. Ah, okay. So. Alter, ist das so kalt, ne? Oh, wir frieren die Finger ab. Aber wir haben eine Aktion vor. Geil. Scheiß. Scheiß. Hier liegt es, ne? Hör mal, hörst du? Was ist das denn? Hört ihr das auch? Oh, krass. Was ist das denn? Das ist die Stromleitung. Die habe ich ja noch nie gehört. Hört sich nicht gut an, oder? Hört sich nicht gut an, oder? Ich bin nur gleich da runterstehen. Ist das normal? Ja, das ist normal. Echt? Das ist normal bei Strommasten. Deswegen... Ich habe das noch nie gehört. Also wenn ihr jetzt ein Feldmesser damit hättet, das kommt jetzt ein riesen Feldmesser hier. Da, Feldmesser. So, das müsste der Mast sein, oder? Ja. Kann man den sehen hier? Ja, ich weiß nicht, kann man den sehen. Ich habe leider nur das Handy nicht mit. Ich bin natürlich perfekt ausgerüstet. Man muss dazu sagen, das war wirklich eine spontane Idee. Ja, ja. Der Marc hat mir das erzählt hier. Da habe ich gesagt, wir fahren einfach mal dahin, ne? Ja. Jetzt sind wir hier. Oh, ist das laut. Hammer. Könnt ihr das hören? Boah. Hammer. Ja, kein Wunder. Das wird sie wahrscheinlich von da oben richtig runtergezimmert haben beim Arbeiten, oder? Boah. Ist das ein riesen Mast. Also ich hält das richtig im Video mal auf, das Ganze. Also hier nähern wir uns jetzt gleich der Stelle, machen nochmal Licht auf uns. Also wir nähern uns jetzt gerade dem Mast, wo der Mann ums Leben gekommen sein soll. Angeblich ums Leben gekommen sein soll. Angeblich durch einen Stromschlag. Also wir haben es bis jetzt nur gelesen und haben uns gedacht, wir fahren eigentlich mal gucken, ne? Boah, scheiße, Alter. Boah, ist das laut. Boah. Boah. Mein Problem ist, der Turm, der ist mitten auf dem Feld, oder? Mitten auf dem Acker ist der. Mitten auf dem Acker. Da kommt man so gar nicht hin. Ja, doch. Einfach können wir da reinlaufen, ne? Ja, aber was ist denn da? Gemüse? Ne, das ist nur so ein Wintergemüse, wird das sein. Aber du hast das Feld gemerkt, ne? Aber es sieht ziemlich matschig aus. Wollen wir jetzt so? Ja, wir probieren mal. Soll es aber rüber gehen? Komm, wir gehen mal. Versuchen mal. Und, matschig? Ich geh. Folgt mir, ich weiß auch nicht, wohin lang es geht. Ja, da musst du mal mit. Warte mal, ich muss daneben laufen. Leute, wir machen Aktionen hier. Boah. Alter, ist das krass. Ja, aber weiter kommen wir hier nicht. Da ist komplett mit Dornen hier zugewachsen. Das ist schön. Das ist schön.